Das Mandat für Stüttepark gehört seit Beginn zum Mixed-Uside-Management oder Winkasa. Mit einem weiteren Mandatsbühnen in Griebeck sowie einem Areal in Baselbiet bauen jetzt identische Strukturen auf wie in Genf und in Zürich. Das Wirtschaftspotenzial hier in Basel ist enorm. Das werden wir unter minorer Führung wohnen. Basel gehört zu den besten Wirtschaftsregionen in der Welt und beheimatet nicht nur den grössten Life Science Cluster in Europa, sondern auch dank einer optimalen Diversifizierung in Wachstumsbranchen ein riesen Potenzial. Dazu kommt die geografische Lage im Dreiländerwerk sowie die vertretenen Branchen in Chemie oder Logistik, die ebenfalls für diesen Standort sprechen. Verkehrsanbindung, Luft auf den Gleisen oder eben auch auf dem Wasser mit dem Rheinhafen sind Ideal. Und zuletzt verfügt Basel auch über das grösste Transformationspotenzial von Wirtschaftsflächen in den nächsten 15 Jahren in der Schweiz. Neben der Standortattraktivität sind es natürlich vor allem das Potenzial an anklagenden und neuen Transformations- und Wirtschaftsflächen, wo wir als treibende Kraft aktiv unsere Dienstleistungen positionieren können. Meine Vision ist, das Mixed Suicide Management als führenden integraler Immobilien Dienstleister in der Wirtschaftsregion Basel nachhaltig und proaktiv zu positionieren. Nachhaltigkeit 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 Untertitelung des ZDF, 2020